Bis zum nächsten Wochenende ist von sommerlichen Temperaturen erst einmal keine Spur. Bei Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad wechseln Wolken, Sonne und gelegentliche Regenschauer einander ab. Lediglich im Südosten des Landes reicht es zwischenzeitlich mal für Temperaturen über 20 Grad. Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang in der nächsten Woche scheint Petrus mit allen Wärmeliebhabern aber ein Einsehen zu haben. Der Temperaturtrend zeigt Anfang Juni deutlich nach oben. Bei Höchstwerten um oder sogar über 25 Grad könnte dann endlich sogar die Freibadsaison starten. Ob es allerdings wirklich landesweit für mehrere sommerliche Tage reicht, ist noch unsicher. Tiefdruckgebiete mit ihren Wetterfronten könnten den Sommergruß schnell in eine kühle und feuchte Angelegenheit verwandeln. Im Wetterticker auf WetterOnline halten wir Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.